So, du holst jetzt bitte... Die sind zu groß. Warte mal. Die sind zu groß. Bitte nimm zugemachte Patschen. Hol zugemachte Patschen. Die Bankomatnummer steht drauf. Lass es nur bitte nicht herumliegen, dass es jemand sieht. Super, machst du das. Danke, Schwarzi. So haben wir Patschen für die Schule, sonst hätten wir keine Schulpatschen mehr. Das nimmst du einfach mit rüber und lässt es kassieren, bitte. Das ist egal, wie du möchtest. Schau, wie sie brav selber kassiert. Super macht sie das. Sieht man das? Gar nicht! So, meine siebenjährige Tochter musste sich selbst die Schuhe kaufen für die Schule, Schulpatschen, weil ich als Ungeimpfte nicht hinein darf in das Geschäft. Danke, lieber Staat. So, du holst jetzt bitte die Schuhgröße 34, die Patschen. Ja. Und da ist es jetzt dieses Vorne hinterfinger. Dankeschön.